Sie wünschen sich wahrscheinlich wie auch Ihre Mitarbeiter mehr Flexibilität auf betrieblicher Ebene, was Vereinbarungen anlangt. Ich glaube überhaupt, man kann den Menschen mehr zutrauen, oder? Also wenn immer ich mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern spreche, merke ich zum einen, dass sie viel mehr arbeiten möchten, wenn es möglich ist, dass sie ja selbst eingeschränkt sind durch die bestehenden Bestimmungen und Regelungen. Ich merke, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiter leistungsbereit sind, sie möchten Geld verdienen und natürlich sehen sie auch hier, dass sie sich nicht bestens vertreten fühlen und daher glaube ich, dass wir vieles auf betrieblicher Ebene viel besser, effizienter und im Sinne Arbeitgeber und Arbeitnehmer lösen können.